Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik. Dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Moin und hohoho auf dem Kanal NoPayNoGain. Ich bin die heutige Weihnachtsfrau und möchte euch ein kleines Geschenk am Weihnachtsabend geben. Sehr gut. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich einmal die Chance nutzen, unseren Zuschauern und Zuhörern einmal einem großen Dank loszuwerden. Denn ich möchte mich bei euch allen ganz recht herzlich für euren Support bedanken. Ihr, das seid ihr Zuhörer, Zuschauer, Abonnenten, Follower, alle, die uns unterstützen. Genau, ihr kriegt einen Daumen hoch diesmal von uns. Ihr seid der Grund, warum wir damit weitermachen, warum wir das überhaupt machen. Es gefällt uns total, für euch da zu sein, die ganzen Videos mit euch zusammen zu machen. Denn durch die Interaktion mit euch ist es quasi eine Gemeinschaftsarbeit. Wir kriegen Feedback und das versuchen wir immer einfließen zu lassen in unsere Videos. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. 2020 war für uns, für den YouTube-Kanal, ein richtig gutes Jahr. Aber eben für den YouTube-Kanal, wenn man sich die private und die berufliche Sphäre anguckt, war 2020 natürlich eher ein, sagen wir mal, schwieriges Jahr. Ja, da durch die Corona-Pandemie und meine Erkrankung am Corona und die beruflichen Lockdowns, war es natürlich alles nicht so cool. Aber YouTube-mäßig lief es sehr, sehr gut. Wir haben 2000 Abonnenten geknackt, sind jetzt deutlich drüber, haben leider kein Special machen können. Aber das wollen wir jetzt ja quasi mit diesem Gewinnspiel, mit dieser Verlosung. Gewinnspiel, das ist ja nicht wirklich, sondern einfach, ja doch, bringen wir das sozusagen hinter uns und möchten euch dafür jetzt beschenken. Unser Dank, also uns heißt der Boris, der Maxwell und der natürlich der Major und meinerseits. Wir möchten uns natürlich auch bei allen, ja, sagen wir mal, weitergehenden No Pain, No Game Unterstützern bedanken. Das heißt zum Beispiel der Blasi oder der Linus, die mit uns die Schlachtberichte machen oder auch unseren Weihnachtsfrauen, die in einigen Videos zu sehen sind. Da geht natürlich der große Dank auch hin. Unser Dank geht aber auch vor allen Dingen gerne unseren Partnern. Da haben wir nämlich drei von gewinnen können in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allen Dingen. Das sind zum einen der Benni aus Minden von Modellbahnen Schiffer, der jetzt auch einen Twitch-Kanal hat, und zwar Operation Hobby. Unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Total toll, bringt extrem viel Spaß dazu zu gucken. Er malt dort, bastelt dort, alles live vor der Kamera. Ich bin da auch ganz häufig als Gast zu sehen. Wir malen ganz, ganz viel zusammen an. Ja, und sind gute Freunde geworden. Benni, danke, danke für die Zeit. Auch dieses Jahr war total toll mit dir. Auch deine Besuche hier und meine Besuche bei dir immer wieder ein Highlight, sozusagen. Freut mich immer. Dann geht ein Dank an den Lars von der Geländefabrik. Da habt ihr in den letzten Folgen ja auch gesehen, dass wir auf neuem Gelände spielen. Die Geländefabrik ist eine Manufaktur, die Gelände herstellt für 40K, für Legion, für Boat. Also eigentlich für alle Tabletops tatsächlich. Und ihr könnt ja individuell euch euren Table zusammenstellen lassen. Ihr sagt, ich hätte gerne das und das und ihr bekommt das. Ihr spricht das dann mit euch ab. Und das Coole ist, ja auch er, also der Lars, ist eine wirklich, wirklich coole Socke. Mit dem bringt das extrem viel Spaß, auch mal zu schnacken. Und der hat auch richtig viel Ahnung von seinem Vater. Last but not least muss natürlich auch noch der Big Panda V genannt werden. Unser Partner, der uns jetzt schon seit einem Jahr begleitet. Das V in Big Panda V, das steht, sag mal, weißt du gleich, wofür das steht? Ja, für Vlado. Genau, der Big Panda V, das ist der Ladeninhaber. Eine wirklich coole Type, ist neben der Partnerschaft auch ein wirklich guter Freund geworden. Wir telefonieren sehr, sehr regelmäßig, fast täglich. Und ja, extrem toll, super Typ, gefällt mir. Mit so einem arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen. Und aufgrund dieser Freundschaft kam dann auch ein Anruf die letzte Zeit. Und der sagte, du, Frankie, hör mal zu, ich habe noch einen Look übrig. Möchtest du den nicht auf deinem YouTube-Kanal verlosen? Und da habe ich gesagt, na klar, möchten wir das, oder? Ja. Natürlich. Und wie sieht so eine Lookfigur aus, weißt du das? Ja, klar. Zeig mal, so sieht die Figur aus. Genau, das ist dieser limitierte Look Skywalker, den es in Deutschland nur wirklich eine Handvoll gibt. Und ja, den gibt es auch nicht zu kaufen, sondern der ist nur über solche Community-Aktionen zu bekommen. Und da haben wir die Chance, den tatsächlich für euch einmal zu verlosen. Findest du den hübsch? Na klar. Genau, super. Und ja, die Frage war, ist der an irgendwie was gebunden gewesen? Muss ich dafür irgendwas machen? Hat der was gesagt, dem Lado? Nein. Nö, der hat gesagt, mach das so, wie du möchtest. Hauptsache ist, kommt in die Community und du machst jemanden damit glücklich. Und das wollen wir auch tun. Da war die erste Überlegung tatsächlich, machen wir das so, dass wir das per YouTube verlosen, sozusagen unter allen YouTube-Abonnenten. Das ist logistisch aber ein tierisches Problem, weil das jetzt über 2000 Stück und die Metadaten habe ich gar nicht, wer denn alles Abonnent ist. Deswegen kommt das in schweren Frage. Trotzdem möchten wir natürlich euch, die ihr jetzt uns zuschaut, ja, sozusagen das irgendwie ermöglichen. Und da ist mir die Idee gekommen, wenn ihr unseren Kanal verfolgt, dann habt ihr gesehen, dass wir in der letzten Zeit den Einheitenfokus ein klein wenig verändert haben. Wir sind live gegangen auf Twitch und haben dort den live mit euch, da waren auch ziemlich viele Zuschauer von euch dabei, sind wir den durchgegangen und dann kamen immer Nachfragen im Chat und wir konnten direkt auf den Chat antworten. Das war total klasse. Das hat uns echt Spaß gemacht, weil wir so auch Fragen auf Fragen eingehen konnten, die uns vielleicht gar nicht mehr so kommen, die aber euch sozusagen in den Köpfen schwirren. Und das fanden wir so gut, dass wir dieses Format auf jeden Fall beibehalten wollen. Wir sind da echt, das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das ist da ja noch relativ übersichtlich. Ich mache das doch so, dass ich den Kanal ein bisschen stärke, indem wir sagen, jeder, der den Twitch-Kanal No Pain No Game, unten in der Beschreibung, direkt der erste Link, wer diesen Kanal followt, einfach auf Follow klicken, das ist das gleiche wie ein Abo bei YouTube, der geht automatisch in den Lospool. Das bedeutet, noch sind da, ich glaube, wir haben 20 Abonnenten, also wirklich eine überschaubare Anzahl von Leuten, die da sind. Jeder, der da draufklickt und natürlich die, die jetzt schon da sind, kommen mit in den Pool, da kann ich nämlich genau sehen, wer Abonnent ist, oder Follower ist das da, ja. Jeder, der da ein Follow dagelassen hat, der geht automatisch in den Lospool und sagen wir bis zum 20.12., ne, wer bis zum 20.12. Follower ist, der wird am 21.12. von wem ausgelost? Von der Weihnachtsfrau, also mir. Super, sie lossehen aus. Am 21.12. verlosen wir unter allen Followern des Twitch-Kanals, nicht des YouTube-Kanals, wo ihr gerade seid, sondern das Twitch-Kanal, den ihr unten mit dem Link erreicht, weil wir eben gesagt, dieses Einheiten-Fokus-Format live ein bisschen unterstützen wollen, dachten wir, haben wir alle was davon, ihr die Chance einen coolen Look zu gewinnen, ich die Chance ein paar Follower auf den Kanal zu kriegen, dass ich euch sozusagen auch immer damit informieren kann, wenn ein neuer Einheiten-Fokus live online kommt. Keine Angst, dabei bleibt es nicht, diese Einheiten-Fokus oder Fokus oder wie die Mehrzahl von Fokus auch ist, gehen anschließend immer nochmal bei YouTube hoch, so wie jetzt auch der Letzte, aber dieses Live-Format gefällt uns so gut. Nochmal ein letztes Mal, wie kriegt man jetzt also diesen Look? Man geht auf Twitch, auf den NoPayNoGame-Kanal und followt, ja? Also drückt einmal auf Follow. Weißt du auch, was du jetzt machen sollst? Gehst auf den NoPayNoGame-Kanal und followt. Und followt. Wenn Sie das verstehen, dann ist das für euch sicherlich gar kein Problem. Genau, das ist auch mit kein Kosten verbunden, einfach draufklicken, uns hilft das viel und euch hilft es vielleicht, diesen Look zu gewinnen. So, mit den Worten wollen wir beide uns in die verdiente Pause stürzen, denn bis zum 21. sind nicht mehr so viel Zeit, ist nicht so viel Zeit mehr. Wir müssen uns ja auch auf den anstrengenden Verlosungstag vorbereiten. Ich hoffe, ihr könnt euch da glücklich machen, ihr freut euch, wenn ihr diesen Look gewinnt und wir sagen Tschüss und bis zum 21. Tschüss!